äh, naja gut, ich kümmere mich gleich darum ist halt tatsächlich die Frage wo bekomme ich die Biokost her weil ich meine ich liefere die ja nicht hier hoch oder doch äh es gibt es gibt soweit ich weiß keine Route muss ich die dann noch irgendwo hin liefern bringen sie die Fracht zu geheimnisvolle Frau, ok so, zu da hin, hier hin, ok dann bitte einmal hier raus Biokost, Biokost Biokost, Strom geht weg die Schwerkraftkompensatoren gehen weg seltene Erden gehen weg hm hm Biokost, Biokost wo produziere ich die Biokost eigentlich auf der Erde, ne neue Route Biokost Biokost Dein Name steht überall im Netz ja gut dann schicke ich halt 50 da hoch wenn es weiter nichts ist also das kann ich mir temporär schon leisten mh, machen wir aber nur 5 ich meine im Prinzip ist es egal ob 8 oder 5, aber Verbindung wird hergestellt Biokost naja, warum auch immer die Biokost wollen es geht halt dadurch dann auch weiter hier, ne Schritt 5 von 5 das heißt ich habe plus 200 Arbeitskraft in dem Sektor sie ebenso wie uns werden sie einschreiten finden sie Kisten in einem der Quater danke Quater genau in einem der Quater Krater natürlich Kiste, Kiste, Kiste Kiste es ist noch ein bisschen früh aber ich glaube sie haben uns geholfen ja, glaube ich auch das ging jetzt aber sehr schnell muss man sagen verstanden aber warte mal beladen sie achso ok, gut ja, dann geh mal da hin los fahr, mein Freund fahr äh, genau ich wollte ja noch ein paar Schwerkraftkompensatoren bauen, ne um das ein bisschen noch weiter zu optimieren Produktionsrate Verbrauch, Unterhaltskosten zack 6 boah das tut so weh wenn das so teuer ist aha schwerkraftkompensatoren was braucht ihr denn eigentlich seltene Erden und die Fusionsenergiezellen die Fusionsenergiezellen die habe ich ja jetzt genug und seltene Erden hatte ich auch noch genug ja gut, dann ist ja alles tutti äh da unten braucht ihr die Schwerkraftkompensatoren jo das heißt es besteht bereits eine Route richtig richtig die Schwerkraftkompensatoren das ist, äh, hier und damit erhöhen wir das Ganze erstmal auf 10 dann ist hier ein Überschuss von 1 und ich bin froh Profil wird aktualisiert so wie schaut's aus hier, du da Biokost 9 sind da beim Transmissionsraumhafen na gut wenn's weiter nichts ist ähm wir könnten auch noch unseren Fusionsreaktor weiter ausbauen außerdem frage ich mich gerade hier ah guck mal Kredit Wartung das heißt wir können im Prinzip wenn wir die wenn wir die einmaligen Kosten mal gedeckt haben dann können wir die Wartung so runtertreiben dass uns die Energie auf dem Mond so gut wie gar nichts kostet und das ist ein Träumchen das ist ein Träumchen mhm ok ja äh da ist ne Kiste mit Titanplatten mit Titan mit Titan genau ihr habt richtig gehört Titan dann ähm hm die Module sind so groß die sind natürlich genau so groß damit man Moment wie groß sind die eigentlich jetzt mal ehrlich äh ich zähle gerade mal die Striche eins zwei drei vier fünf sechs ok wie viel Striche sind jetzt da eins zwei drei vier fünf ok könnte direkt nebeneinander passen und wie viel kann ich bauen vier wären nebeneinander möglich sechs kann ich bauen joa das heißt ist schwierig dann optimal ausbalancierten Fusionsreaktor zu bauen vom Platz her aber naja wie schaut's aus wie viel Biokost wie viel Biokost ist da 17 und wie lange brauche ich hier noch zwei Minuten ja dann was mache ich dann was brauche ich denn für die Androiden oh Gott Quantencomputers sind schon wieder zu wenig da wieso habt ihr schon wenig zu komm lad fertig los kusch ich will nämlich hier laden jetzt auf See muss man das Ruder immer fest ja 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 zerschören Sie Orbital Watch blablabla ja dann bekomme ich zwar Iridium was unglaublich tolles aber was ich gerade nicht doch bräuchte ich sogar mal wieder bringen Sie Kampfdrohne an ok kann ich machen kann ich machen wenn es weiter nichts ist dann mache ich das doch gerne äh was brauche ich denn aber zunächst einmal für die Andro von der Iden also wir haben hier KI blablabla so äh neuronale Schaltkreise dafür brauche ich Bioharz und Silizium und dann für die Androiden brauche ich Synthzellen und neuronale Schalt neuronale passt schon Schaltkreise ok gut dann Bioharz und Silizium Achtung unter Versorgung mit bestimmten Verbrauchsgütern entdeckt Bioharz nette Fabrik ob auf unserer Produktionsinsel guten Tag äh aber die Fabrik sieht auch schon wieder sehr ähnlich aus zu einer die ich kenne glaube ich zumindest ich weiß es nicht genau aber gut äh naja also hier geht die Kette ja noch ein bisschen weiter mhm oh hallöchen da ist glaube ich ein Schiff was ich kaputt machen muss nö oder das ich anbinden muss ok äh also du da ne halt wo ist mein Kommandoschiff doch hier steht es ja hallöchen dann fahr mal bitte hier hin und bring das an in der Zwischenzeit Androiden hm wie baue ich das am schlauesten hier in der Breite mache ich das ja auch weiter ne das heißt ich habe hier dann eins zwei drei vier fünf eins zwei drei vier fünf hier also die Straße schabupp so dann ist das hier gebaut hier kann ich dann noch irgendwann so eine Straße da als Zubringer machen ja und was ich dann da einbaue das ist dann relativ fraglich Silithium da könnte ich ja dann noch eine weitere Mine Silithium ich glaube Silithium hat hieß es mal ich habe ja mal vor ein paar Folgen gesagt dass man es erfolgs ürtümlich sozusagen falsch ausspricht aber naja soll mir mal egal sein ich spreche Silithium aus wie die meisten deswegen kann es ja dann gar nicht allzu falsch sein ähm ja dann baue ich das Zeug hier und das andere dann hier hinten ich weiß es nicht mal baue ich mal hier eins hin so Bioharz und Silithium äh ich habe sogar Vitamindrinks eins zu wenig wo sind die Vitamindrinks hier mehr Vitamindrinks jetzt müsste ich zu wenig Obst haben oder ne Obst habe ich genug okay viel zu wenig Silithium dann brauche ich eine Mine eine neue zack so einfach geht es auch zum Bauen da muss man nicht immer auswählen und Bioharz Bioharz habe ich aber noch genug okay und dann wie groß sind die Erweiterungsmodule das ist ungefähr so wie bei den Sündzellen die ich ja dann hier hinten auch nochmal produzieren muss weil naja weil ne weil weil bräuchte hier hinten auch noch ein Transportzentrum damit die äh damit die Lieferungskosten nicht so überdimensional krass hoch sind zack schon besser dann brauchen die hier eine Straßenanbindung ja das ist schön für die aber ich muss mich halt irgendwie um die dann kümmern ne wie viel kann ich da dran bauen sechs wie breit sind die genauso breit wie das Ding das halt aber theoretisch könnte ich das dann auch so machen halt nein könnte ich nicht weil das ist ineffizient muss ich so machen naja gut äh das heißt doch das ist genauso breit also zähle ich wieder Striche eins zwei drei vier fünf sechs sieben jo das heißt keine Ahnung ich mach den Strich Pi mal Daumen zwei vier sechs acht zehn ah keine Ahnung hier ich baue dann halt wieder anders blöd blöd ist nur eins ich mach's einfach jetzt so der Grund ist nämlich einfach folgender dass wir die dann hier zerstören können wir auf diese Straße scheißen können und hier dann einfach noch weiter bauen können damit wir hier dann die Dinger bauen können so zack Androiden Anforderungen für neuen Erfolg erfüllt easy so die Sündzellen brauchen wir dann aber auch noch hier und für die Sündzellen brauchen wir Algen und what the fuck ja das ist wieder ein größerer Zweig den wir hier angehen ähm ist halt nur die Frage wie ich den dann mache ich könnte auch erstmal auf diesen neuen Zweig in Anführungsstrichen scheißen und sagen hier weiter bauen das wäre genauso möglich das mache ich jetzt einfach mal so sechs Sündzellen und dann müsste ich aber eigentlich noch genug Algen haben ja genau perfekt jetzt läuft die auch hier und ich habe kein Minus perfekt aber was das Ding kostet ist einfach mal krass herzlichen Glückwunsch entschuldigen Sie mich nun bitte ich muss mich um meine eigenen Geschäfte kümmern ok wenn es weiter nichts ist so jetzt passt's jetzt brauche ich wiederum hier nochmal mehr neuronale Dinger Dingsdi Bumsti neuronale was sind's? neuronale Schaltkreise ok die habe ich jetzt und Sündzellen habe ich noch genug jetzt fehlt mir aber es am Bio Harz und Bio Harz produziere ich ja glaube ich noch auf der ersten Insel hier genau um Gottes Willen alles klar aber sonst habe ich ja hier keine ne sonst ja sonst sieht's gut aus Bio Harz ja dann produziere ich das da hinten weiter ich meine hier ganz ehrlich schaut's euch an die Insel wächst eh nicht weiter die bleibt so wie sie ist und dann ist gut so eine weit ich hab schon wieder M gedrückt statt Punkt oder Komma wie auch immer so zack Bio Harz ist auch wieder genug da easy jetzt bauen wir auch Androiden mehr gibt's von den Investoren so jetzt gehen wir aber ganz schnell hier auf den Mond schauen mal ob wir genug haben an Bio Kost weil dann können wir nämlich weil dann können wir nämlich die Handelsroute hier wieder kappen yo easy also lad auf neue Handels nein nicht neue halt 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 Bio Kost 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 Bio Bio hier tschüss yo rein fahr weg und dann ist gut wo muss ich hin ach nö da hinten da hinten hin ok die scheinen hier das grad so ein bisschen aufzubauen unerfülltes Bedürfnis nach bestimmten Verbrauchsgütern ach die wollen hier oben auch Androiden na toll spare ich mir kein Geld sondern muss die Androiden auch gleich hier hoch schicken was braucht ihr denn Intelliware und Androiden na gut ok dann dann will ich euch mal versorgen und zwar mit einem Androiden Verbindung wird hergestellt und naja mit Intelliware kann ich euch noch nicht helfen aber ihr kriegt den Androiden seid froh wo ist denn mein Freund da ist mein kleiner Freund fahr fahr mein Freund fahr wo fährt der eigentlich hin das ist gar nicht mein Freund das ist er gar nicht das hier ist er schawipp schawupp ab ins Camp rein die Nachricht von diesem sicheren Zuflucht verbreitet sich sogar die zögerlichen nutzen die Gelegenheit zur Flucht die nun ein Ziel haben ich lasse es sie wissen wenn weitere Flüchtlinge ankommen du musst verstehen dass ich es nicht tolerieren kann wenn du Sandra Haynes und ihren radikalen Gefolgsleuten Schutz bietest ich habe ein paar Überraschungen in der Gegend platziert sie selbst ja aber darum kümmere ich mich einander mal wir haben ein Kontolimit von 3,3 Millionen und wenn man das nicht mal anguckt dann sollten wir vielleicht in die Werft gehen und ein bisschen was ausbauen Werft Hallo ja Upgrade auf Elite Turtle Okay es ist Zeit für ein paar Verbesserungen und Upgrade auf Elite Spark Alles installiert Probier es aus haben wir einfach mal eine Million ausgegeben so einfach und schnell kann es gehen wir könnten auch noch unser Fusionskraftwerk weiter ausbauen besteht aber momentan nicht unbedingt die Notwendigkeit dazu und neue Firmenstufe die Firmenmarken werden immer beliebter Applaus, Applaus Nice Sie haben viele Leben gerettet und ich habe auch gute Neuigkeiten Howard ist auf unserer Seite er schlägt vor dass wir das Saatgut zu einem besser ausgestatteten Labor der Kistodians schicken die Analyse des Virus ist schwerer als ich gedacht hatte Was muss ich jetzt machen? bringen sie an schleppen sie okay wir haben alle unser Kräu ja schön weg du da dahin muss ich ne oder? ah ja genau die drei Kisten die ich da gefunden habe die muss ich jetzt anbringen und zu ihm bringen okay wie ihr aber gesehen habt vier von zehn wir müssen noch zehn Missionen für die machen damit wir dann auch die volle Macht des Aero-Gels komplett nutzen können das ist ein bisschen lästig bei den WTN das nö das geht definitiv besser so jetzt können wir hier eigentlich auch in der Region ein bisschen ausbauen weil ich meine wir haben es ja theoretisch aber es ist halt einfach auch nicht die Notwendigkeit da muss ich sagen es ist nicht die Notwendigkeit da hm wobei ist halt die Frage ne also wir haben Wasser genug was was wollt ihr denn alles? Vitamindrinks 30 von 24 Konservennahrung 60 von 48 Smart Drohnen 12 von 12 okay Gemeinschaft kann man dann ausbauen hier du da Hallo Allwetterparkers 8 von 8 Stimulanzen erst frisch gebracht Medibots Quantencomputer also im Prinzip könnte ich die Bevölkerung weiter ausbauen aktuell ist es nicht so als ob ich irgendeine andere Produktionskette erhöhen müsste und dadurch den Export steigern muss ja das sind diese obligatorischen T's die da einfach sein müssen weil ich keine Ornamente hier bauen kann was ich extrem schade finde ähm dann baue ich hier mal zack baue ich hier mal zack baue ich hier mal zack ja ja sieht gut aus baue ich hier mal zack und damit solltet ihr jetzt erstmal alle befriedigt sein oder also eigentlich nicht weil jetzt muss ich nämlich noch Gemeinde oh scheiße okay du bist kacke positioniert du gehst weg ich baue ja schon Leute nicht weglaufen nicht weglaufen bin ja schon am Start so hier eine Straße dort eine Straße und dort ein Gemeindezentrum oder? Gebiet gesperrt nice warum riecht es verbrannt? keine Ahnung vielleicht weil du dich angezündet hast oder soll ich das wissen? warum ist das Gebiet oh jo easy kann ich dann hier noch? natürlich nicht natürlich kann ich es nicht dann baue ich hier mal weiter aus extremausbau wow jo läuft extremausbau und es fehlt an Gemeinschaft what the fuck ach so aber nur leicht okay naja wenn es weiter nichts ist wem fehlt es eigentlich an Gemeinschaft? aktuell haben wir eigentlich überall ganz gut hm ich weiß es nicht positionieren wir es mal da ja da war auch der Bedarf okay gut ja die Straßen hier die Seitenstraßen die fehlen halt jetzt so ein bisschen weil bislang dort sind immer wieder regelmäßig diese Seitenstraßen gewesen hier habe ich es jetzt einfach halt übertrieben von der Länge her deswegen müssen wir jetzt mehrere bauen aber gut wenn es weiter nichts ist äh halt wir müssen weiter die Transportroute noch aufrechterhalten wir müssen das Zeug da runter bringen und dann hier unten noch und so weiter die Bevölkerung wächst und die Bedürfnisse steigen bedeutet eigentlich müsste hier ja auch was fehlen die Gemeinschaft alles ist einfach wunderbar 60 von 60 Konserven Nahrung Smart Drohnen sind eigentlich auch zu wenig da wenn ich in die Tunderegion gehe jo Smart Drohnen und Allwetterparkers brauchen wir okay das hier sind ah ja die fehlen noch nicht gut dann ist ja wunderbar was fehlt hier aus erhöhten aus erhöhter Warnachfrage ein Vorteil ziehen Bio-Kost-Preiserhöhung erwartet okay was ist das hier das brauche ich denke ich mal für wo produziere ich eigentlich diese anderen Dinger was willst du sammeln sie Fester mit Fahrzeug okay und Duda finden sie Kisten an Land okay von mir aus und Duda bringt jetzt die letzte Kiste noch hier weg verstanden nee halt angehangen Limit du hast es nicht abgeladen wieso hast du es nicht abgeladen los weg geht doch und anbringen los mhm wir wollten ja da genau hier sind die Smart Drohnen zack jetzt sind es plus 3 jetzt fehlt aber wieder irgendwas was brauche ich denn dafür Kobalt und Nanochips Nanochips habe ich genug Wolfram eigentlich auch nee Kobalt war es und Kobalt habe ich 2 zu wenig und auch keine Möglichkeit mehr ist zu erweitern also brauche ich eine zweite Kobaltmine okay oh Hallöchen Kiste gefunden wo habe ich denn noch eine Mine Kiste gefunden Dankeschön wenn sie sie gut entwickelt ist alles gut finden sie Kisten und finden sie Mine da ist Mine da ist Mine habe ich noch eine Mine vielleicht dort hinten wo ich bereits mich am ausbreiten bin mhm boah nö habe ich nicht kracke ach nö außerdem wo sind noch mehr Kisten auf be